Florian Gschwandner, vielen bekannt als Gründer des Unternehmens Runtastic, das 2015 von Adidas übernommen worden ist, war erst Anfang Jänner an Omikron erkrankt. Die Partylaune hat es ihm dadurch offensichtlich nicht verschlagen. Ein Video, das der Millionär am Freitagabend auf Instagram geteilt hat, lässt wohl keinen mehr wundern, warum Kitzbühel aktuell die höchste Inzidenz Österreichs aufweist. Wild feiernde Leute drängen sich im Après-Ski-Club-Pavillon dicht an dicht und das, obwohl Après-Ski eigentlich gar nicht erlaubt ist. In der Gastronomie darf nämlich ausschließlich am Sitzplatz konsumiert werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht, wenn man sich nicht am Sitzplatz befindet. Après-Ski ist ein wesentlicher Faktor bei der Corona-Verbreitung. Wie groß dieser ist, darüber gibt es offenbar unterschiedliche Zahlen. Rund 70 bis 80 Prozent der Fälle im Setting Freizeit sind laut der Ampelkommission der Après-Ski-Aktivität zuzurechnen.